Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Wir sind hier immer noch bei den Dieben in der Diebesgilde. Weiß ich jetzt nicht, haben wir eigentlich eine Quest von dem angenommen? Na, irgendwie nicht, oder? Ja, würde ich sagen, wir nehmen noch einmal eine Quest von ihm an. So, get a quest. So, was nehmen wir wohl? Ich würde sagen, wir, a temple wizard. Hört sich auch interessant an. Got a guile job for you, if you're inarrested. Was? Got a guile job for you, if you're inarrested. Name is royal halfwing. Some guy wants the scarab lifted from the temple of Kinar. Wanna take it? Ja, klar. Okay, here's the skinny. You go to the temple of Kinarat in sacred ascension of Kinarat, take the scarab and bring it back to me. You get the usual guile fee of 496 gold pieces. Ja, got eight days to put it in my hands. Ich sprach aber jetzt gerade sehr, sehr komisch von dem Jude. Aber okay. Warte mal. Hier war das, Da hinten, irgendwo. Ja, kann ich die wieder aktivieren? Ne? Zwei Tage. Temple of Kinarat. Aber ich will die hier wieder, warte mal. So, wieder aktivieren. Und wo? Okay, direkt hier vorne. Müssen wir hier einen Jude finden. Ist er da? Me happier? Hahaha. Okay. Dann halt nicht. Ist er da? Nein. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Der Jude. Irgendwie keiner von denen Hier ist auch niemand Muss ich nicht verstehen, wer das ist Ja, wieder die nackten Damen Oh Ja, so geht's auch Dann Schnell wieder zurück nach Daggerfall Das war jetzt aber ein einfacher Job Und wir werden nicht attackiert Jetzt erst mal nach ganz Süden laufen, toll Das wird ja so ein Spaß Aber ich wundere mich, warum wir jetzt Nichts Neues zur Hauptpest bekommen Von Garfog nichts Neues Von den da hinten Von, äh, wie hieß die nochmal Von Brissianna hören wir nichts Also von der Hauptstory Kommen wir jetzt auch erstmal wieder nicht mehr weiter Dann ist jetzt nur die Frage Was fehlt uns denn Könnte ich hier auch mal Nachschauen So, wir sind jetzt zu weit Definitiv Weil ich jetzt auch gleichzeitig Hier, da hätten wir ihn genuss So Da ist der Dude Ja, da ist ein bisschen Geld So, dann muss ich jetzt aber Einmal kurz schauen Was fehlt denn eigentlich Warum kommen wir nicht weiter So, dann müsste das eigentlich So, hoffentlich haben wir ja letztens fertig gemacht Ah, okay Es ist die Orkische Emanzipation haben wir jetzt Das wäre etwas anderes Was wir jetzt mal aktivieren müssten Weil ich jetzt Beziehungsweise Wir müssen das nicht selber aktivieren Sondern Wir müssten vielleicht einfach mal Hier hin Nach Wayrest Sorry, dass ich momentan Jetzt viel am googeln bin Aber wir kommen An Anfang Your Outrack That your pack catches your eye It is a lesser address To you Okay Wahrscheinlich Wieder Hier Ja So ein Ding Und wir müssen wieder erhanden Wie sieht es eigentlich hier aus Ja, hier sind wir jetzt bei 25 So, dann gehen wir einmal Rüber Ins Königshaus Zu Elysiana Beziehungsweise Morgia Einer von denen hat ja eine Aufgabe für uns Wahrscheinlich Ich hoffe Ich hoffe wirklich Dass die da eine Aufgabe haben Dass wir da jetzt mal vorankommen Denn irgendwie müssen wir ja hier vorankommen Ansonsten Muss ich wirklich alles nur noch über die Commands machen Und das wäre jetzt auch doof Damit wir überhaupt vorankommen So Und Da wären wir Jetzt lässt es erstmal 1000 Jahre So Da haben wir Elysiana Okay Hier passiert nichts Bei der Bei Morgia Auch nicht Berencia Auch nicht Und Edwire Auch nicht Brake ich gerade nicht Aber wir müssen jetzt auch einmal Den hier wieder machen So Und wieder zurück So Waffe einstecken Ne Dann müssen wir das anders machen Weil Dann müssen wir hier Den Command eingeben S 00 00 9 8 8 Achso Genau Start Das ist das was uns jetzt fehlt Ich weiß jetzt nur wie die Quest Namen heißen Ich habe jetzt aber A red faced korea startles you With a cry of letter For maxi 22nd Hey that must be you Here take this Gotta go Other deliveries to be made A street merchant Races up Calling message for maxi 22nd From the Man in grey Okay the child runs off Before you can grab him Leaving you holding a note Was Risk your life for a dead man You are being watched And Between the imperial battle match And his own creation A friend Max Max If you don't want to be dead As Lysandos Stop your investigations Immediately Do you really want to risk your life For a dead man You are being watched Control Tarnia's fate A friend Dear max I must tell you about The totem of Tiba Septim Which oil craft You must know the truth about What you are asked The totem was crafted By the original Imperial battle mage Of Temriel By orders of Tiba Septim It is essentially A means of controlling A gargantuan creature Called the numidium Without it The numidium Would simply not function The imperial battle mage Placed a seal On the totem So that anyone Not of Septim lineage Or possession A special supernatural affinity Such as himself Would be instantly killed If they attempt to use it The totem with the rest of numidium Was lost during the epic battle Between the imperial battle mage And his own creation A friend Own Tarnia's fate A friend Dear max Numidium was Tiba Septim's secret weapon In his bid for supreme power A thousand foot tall automaton A golem or an atronach Of sorts powered by a gem Called the mantella The mantella was infused Used with the life force of Tiba Septim's imperial battle mage And with it Septim crushed all who starred in his way After the complete and total defeat of all his opponents Septim began using numidium to crush the neutral royal families of Temril So that he could enthrone only persons he knew to be loyal His imperial battle mage was furious at this use of his creation And fought to reclaim the mantella In the ensuing battle both the created and the creator were vanquished The heart they shared blown out of this reality into the nether world They call Aetarius Numidium's body was scattered throughout Temril and the imperial battle mage Without his life force Went into a semi-slumber in a subterranean Subterranean vault In the centuries that followed the emperor's elite soldiers for generation after generation collected the pieces of the numidium and became known as the blades Tiba Septim's imperial battle mage became known as the under king And sent his forces out to find the mantella Alles klar Okay, der Kampfmagier von Tiba Septim ist der under king Habe das richtig verstanden? Be warned, therefore Tos who search for the totem of Tiba Septim are searching for the mechanism The first emperor of Temril used to control numidium Should numidium return, he or she who holds the totem will control Temril's fate A friend Die haben drei Briefe bekommen Was passiert, wenn wir, warte mal, haben wir hier jetzt irgendwas Neues? Nee Kann ich jetzt hier drin irgendwie was quatschen? Wir haben jetzt über der mantella hier was erfahren Was auch immer das mantella ist Aber die eine Quest, äh, hieß ja hier so So, hier, mantella revealed Mit der kann ich jetzt nicht quatschen, ne? Mit ihr auch nicht Aber okay, mit denen kann ich schon zwar quatschen, aber mit ihr gar nicht mehr Muss ich vielleicht noch Dagger voll zurück zu Äh So, warte mal Zu, nee, nicht nur Fahrer, wie hieß die nochmal? Mini Sera Muss ich zu ihr zurück? Vielleicht weiß die irgendwie was Wir haben jetzt paar Sachen über die mantella erfahren Jetzt paar Briefe bekommen Ich hoffe, ich habe jetzt das Spiel nicht noch mehr gecrasht So, da müssen wir hin Da quatschen wir mal mit Mini Sera Aber mit Elysiana können wir gar nicht mehr quatschen Das ist Das ist jetzt irgendwie komisch So, erstmal mit dem Yes Ne, Mini Sera war ja da unten Mit der können wir auch nicht quatschen Hä? Ich raffe gerade nicht Was ich machen soll Vielleicht hier Steht hier irgendwas Neues? Irgendwas über die mantella? Ne Location? Ne Hm Okay Okay Also Ich schalte mich einmal ganz kurz weg Dann sehen wir uns gleich wieder Beziehungsweise hören wir uns gleich wieder Das wird für euch nur ein kleiner Cut sein Aber bis gleich Yo Ich habe gerade die Pause beendet So Und direkt kam das hier rein Wir haben wieder einen Brief bekommen Oder? Hier Letter Prinz Elysiana Castle Weyrist Lord Woodbourne Den haben wir doch getötet Den haben wir doch getötet Oder nicht Das war ja Hä? Den haben wir doch getötet Wie hat er mit ihr jetzt reden können, hä? Aber wirklich Ich habe gerade Einfach so von hier So gemacht Und dann auf einmal Kam das auf Und ich wollte eigentlich direkt starten So wieder mit der Aufnahme Weiter auf Nein Und das kam direkt so auf Deswegen hat mich das jetzt gewundert Äh Wie das kam Aber Ja Dann gehen wir jetzt mal Ne Wir sind hier Wir sind hier ein Dagger voll Hä? Wir sind das Was will der Über die Das ist jetzt interessant hier Learned use any means W Kill makes the second Before to mark is learned Use any means W Okay Jetzt werden wir gesucht Ich habe keine Ahnung was los ist Was gerade Phase ist Und ich darf wieder Leute jagen So Wo haben wir Adjuts und Duties Waren doch gerade noch welche Da haben wir ein Opfer Juuu Wie niedrig das gerade war Okay Alter wie viele Briefe haben wir jetzt auf Tasche Das sind zu viele Briefe gerade Das sind echt zu viele Briefe So aber jetzt erst mal zu Elysianer Wenn wir gerade den Brief bekommen haben Die wollte jetzt mit uns quatschen Aber Vorher wollte die halt nicht mit uns quatschen Da war es irgendwie nicht möglich Oder habe ich jetzt mit diesen Zwei Comands Die ich jetzt insgesamt In diesem Display gemacht habe Jetzt irgendwie was kaputt gemacht Bei Soul of the Lich Und Mantella Reveal Oder wie das jetzt hieß Haben wir ja Ja Gestartet Über Commands Ich würde aber lieber vorher hier Ein savegame machen So You are even more dashing in person Than Lord Woodburn said I just love talking to men and women of action I know that you are looking for a certain object Max A totem pole or something Well An Acquaintance of mine A perfectly delightful Well to do merchant As something that may help you If you would escort my cousin Elin Kingheart To Mordart Coppercroft You can have it Would you do This teensy winsy favor for me Klar Okay You are How exciting It will be a real adventure Elin Kingheart just loves to travel And has been dying to spend some Time with Mordart Coppercroft Go to Oldingford of Daggerford To a place called the Buckington Residence He will pay you 835 gold pieces for bringing him Elin Kingheart Don't you just love these dangerous missions Hä? Jetzt haben wir zwei Duties Duties Die wir da abliefern müssen So Genau Princess Elysianna has asked me to escort her cousin Venera Marthos to Cherenwood Hill Und To Relative to the totem To Cherenwood Hill Okay Besuchen wir mal Cherenwood Hill Cherenwood Hill Fangen wir da mal an Ich finde es jetzt interessant, dass wir gleich zweimal die gleiche Quest bekommen haben Durch einen kleinen Bug oder so Durch einen kleinen Bug oder so Den ich mir wahrscheinlich selber angetan habe Ähm Of various to meet Trista Stier Huckford Den suchen wir mal So General Hier wahrscheinlich Schauen wir mal Die kann bestimmt auch helfen Ähm Okay Dann halt nicht Einer muss das hier doch sein Oder Oder irre ich mich Dann haben wir noch eine Vielleicht kann die Auch so nochmal helfen Simple You will find the north east of where we are standing Nordöstlich Also Das Das Dann fangen wir erstmal hier an Da hinten wahrscheinlich der Eingang Hier auf der Seite natürlich Hier muss einer sein Bist du es? Nope Hier auch nicht Nope Scheint auch nicht zu sein Dann Das hier wahrscheinlich Ja Nö Dass die aber auch kein Problem haben Wie ich hier einfach reingehe Max How did I mean I am glad to see you And Guineara Marhouse Here take the gold Object What's the totem Well it's been nice Talking to you Got a run Was Ich check gerade gar nichts Und weg ist er Okay Dann ist er wahrscheinlich die Andere Person Die wir jetzt wegbringen müssen Die müssen wir wo hinbringen? Ähm Elling King Zu Aldingford Okay Suchen wir mal Aldingford Ähm Ne Warte Nochmal Wie schreibt man das? Ähm Bist du dir das heißt Erf mit du eskort hatten hier Aldingford Auf Daggerfall Achso Da muss ich Hier hin Aldingford Da ist es Muss ich in ganz anderem Gebiet hin Natürlich Und ich muss wieder jemanden handen So Da haben wir Eine Die wir Leider Jetzt Verspeisen dürfen So Wie sieht's aus? Buckington Resident Äh That's easy West of here Die Richtung Okay Auf nach Westen Oh Hier sind wir noch ein bisschen Größer Fragen wir die hier mal Ähm We'll pray it that way West Okay Noch weiter nach Westen Wie heißen die Quests? Die haben keinen Namen Steht das weiter unten hier? Alter wie weit geht das Elisdianas Betrayal Hä? Ich hab jetzt ein ganz ungutes Gefühl I wish I could help you But I know nothing about it Okay Wir sind schon aber ganz im Westen Vielleicht kann die helfen I don't know Go East Okay Jetzt ein bisschen nach Osten Fangen wir die hier jetzt mal Last time I checked it was North West of here Das hier Das hier wahrscheinlich Nein Dann das hier Das hier ist es Das hier ist es Wo ist denn der Eingang Hier Hier ist er aber nicht Da Da ist der Dude Max How did I mean I'm glad to see you And Elin Kinghardt too Here take the gold Objekt What's the totem Well it's been nice talking to you Gotta run Okay Jetzt sind sie auch weg Gehen wir mal zurück zu Elysiana Nach Varys Ich finde es aber komisch Dass wir die Quests Gleich zweimal bekommen haben Das ist wirklich komisch Vielleicht zweimal Ja schauen wir mal Was Elysiana jetzt zu sagen hat Also ich sage so Ich habe jetzt nur vorgegriffen Welche die nächste Quest war Von dem vorherigen Und zwar Dass es irgendwas mit Mantella hieß Und dann freigeschaltet Ich habe jetzt aber nicht weiter geguckt Wie dann Der Die Quest danach hieß Heißt oder so Weil wir jetzt irgendwie mit dem Mantella Das hier mit den Oh Okay Ich quatschen trotzdem mal I am okus mit Elysiana I could use The service of someone Of moderate talent Above average discretion And willingness To assume the position Of a lowly career For 1163 gold pieces Are you that person? Okay Excellent Here's the iron bucket Sashi Now Roder Kingwing Needs to have Woodwing palace In 12 days That ought to be Just enough time I hope you will recognize Roder Kingwing Just look for A well to do merchant Good luck And thank you I am a bit Sprachlos Gerade So Warte mal The Castle Where is Iron I don't know Man Red Or Kingwing And Roder Kingwing Sand In 12 Haunt in a place Called The Copper Wing Reson In Woodwing Palace Okay Suchen wir mal Woodwing Da Ja Gehen wir mal Dahin Okay Viel gibt es Hier Jetzt Wahrscheinlich Nicht Oh Moin Kannst du mir Sagen wo Das ist Sorry I haven't Got a clue Okay Nice Wenigstens markierte mir das Und es ist das da Ja Auf der anderen Seite Genau Hier sind Da haben wir den Dude Und erledigt Aber dann ist jetzt die Frage Wie machen wir jetzt weiter Ich raffe gerade nicht Okay Die Commands haben mich vielleicht ein bisschen verwirrt Aber ich würde sagen Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder Vielen Dank dass ihr wieder mit dabei wart Ich bin's Euer Max Deus Und Ciao No Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020